Wenn wir uns jetzt mal unsere DJ-Seite anschauen, da ist da schon ein bisschen mehr passiert. Wir haben jetzt hier einmal unsere Gefällt-mir-Angaben, die wir finden, die Einstellungen ausgewählt haben. Die werden jetzt hier in der Timeline angezeigt, sowie das Titelbild nochmal in einem extra Post, was auch automatisch gepostet wird. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel das Titelbild eurer Seite ändert, wird es automatisch auf der Seite quasi als Post entsprechend publiziert. Dann sind auch noch die Einstellungen wie gegründet und wann ihr beigetreten seid auf Facebook. Hier könnt ihr zum Beispiel auch noch ein Foto hinzufügen von eurer Gründung, eurer DJ-Tätigkeit oder eurer Veranstaltungstechnikfirma. Was ich aber auch eine ganz gute Geschichte finde, ist, wenn ihr wirklich schon vergangene Veranstaltungen habt, einfach hier einen Meilenstein hinzuzufügen, den ihr entsprechend auf das entsprechende Datum, wo ihr zum Beispiel eine Veranstaltung hattet oder Fotos von der Veranstaltung gemacht habt, könnt ihr die quasi hier entsprechend auf dem Meilenstein auch posten und das dann auch so ein bisschen rückdatieren, so dass der Kunde sich auch schon ein bisschen ansehen kann, was hat die Veranstaltungsfirma oder was hat der DJ schon für Gigs gehabt und das sich so ein bisschen veranschaulichen kann. Finde ich eine super Sache und solltet ihr auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Dann schauen wir uns nochmal eben die Informationen hier an, die wir ja vorhin eingetragen haben. Die werden hier auch angezeigt und wenn ihr da noch irgendwelche Sachen hinzufügen möchtet, könnt ihr das einfach hier über Bearbeiten tun. Wir haben hier auch noch den Seitenabministrator, also wer für die Seite zuständig ist. Das ist auch eine gute Geschichte, wenn man den halt direkt kontaktieren möchte. Was ihr aber auf jeden Fall braucht, genauso wie für eure normale Webseite, ist ein Impressum. Und das müsst ihr natürlich auch hier auf einer Facebook-Seite beachten. Und wie das geht, das schauen wir uns jetzt mal an, beziehungsweise ich zeige euch das mal. Das Erste, was ihr machen müsst, ihr geht erstmal auf die Facebook-Seite der Firma 247 Grad und da gibt es einen sogenannten Tabmaker, ich aktualisiere das nochmal eben hier schnell und da habt ihr die Möglichkeit, kostenlose Apps oder Anwendungen für eure Facebook-Seite hinzuzufügen und da gibt es unter anderem auch die Tabemaker-Impressums-App. Und da klicke ich jetzt einmal drauf und dann öffnet sich hoffentlich was, genau. Und sage Tabmaker-Imprint hinzufügen zu meiner DJ-Seite, wenn ich jetzt nur eine habe, wählt ihr die auch direkt aus. Wenn ich jetzt mehrere habe, müsste ich jetzt noch auswählen, für welche Seite ich das entsprechend hinzufügen möchte und klicke hier einfach mal auf hinzufügen. So, dann gelangt ihr wieder zurück zur Seite und seht, hier unten rechts ist jetzt eine neue Kachel hinzugekommen, die Impressumskachel. So, und da klicke ich jetzt mal drauf und dann werdet ihr wahrscheinlich sehen, dass da nichts passiert. Also da steht noch nicht wirklich was drin. Und hier habt ihr jetzt quasi die Möglichkeit, das erstmal alles einzustellen. Wie zum Beispiel Kopfgrafik, Hintergrundfarbe, Schriftfarben, Kopftext und so Sachen. Und da ihr wahrscheinlich alle nicht so wirklich Juristen seid, gibt es auch einen Impressumskenerator. Den findet ihr unter dieser Adresse, ericht24. Da gibt es einen kostenlosen Impressumskenerator und da könnt ihr quasi einen Text erstellen und klickt hier einfach, oder ein Impressum erstellen und klickt hier einfach auf Impressum erstellen. Da müsst ihr natürlich noch auswählen, was ihr für einen Betreiber seid. Und da wähle ich jetzt einfach mal Freiberufler aus und klicke einfach auf Weiter. Und muss hier natürlich meine ganzen Daten eintragen. Nachdem ihr alle Informationen in dem Formular eingetragen habt, erhaltet ihr dann quasi das Impressum. Es gab noch ein paar andere Informationen, die ihr eintragen oder anhaken müsstet. Ich habe es aber auf alle auf Default gelassen und eigentlich ist so ein Impressum wirklich super schnell erstellt. Und dann haben wir dieses Impressum und kopieren das einfach eins zu eins hier rüber und gehen dann wieder zu unserer Seite zurück, beziehungsweise zu unserem Impressum und fügen das hier einfach ein. So, genau. Und klicken natürlich, dann müsst ihr natürlich noch hier, dass ihr die Nutzungsbedingungen akzeptiert und die Facebook-Plattform-Policies nicht verletzt. Und dann einfach auf Speichern und Ansehen klicken. Und schon habt ihr euer Impressum erstellt und seid somit auf der sicheren Seite. Somit ist die Impressum oder das Impressum für eure Facebook-Seite in der Desktop-Variante fertig. Aber es gibt heutzutage mittlerweile auch schon Anwälte, die Facebook-Seitenbetreiber verklagen, weil sie auch in ihrer mobilen Version auf dem Smartphone keinen Impressums-Link eingefügt haben. Und um dem entgegenzuwirken, klickt ihr jetzt einmal nochmal auf die Impressums-App und kopiert diesen Link, der jetzt da entsprechend angezeigt wird hier oben, den kopiert ihr euch einmal und geht dann in die Beschreibung, klickt also hier nochmal drauf, klickt da auf Bearbeiten und fügt dann nochmal folgenden Texten zu, Impressum und dann den Link zu dieser App oder zu dem Impressum und klickt dann auf Änderung speichern, weil diese kurze Beschreibung wird ja in der mobilen Version auf eurem Smartphone entsprechend angezeigt und dann kann man da auch nichts sagen und ist man da auch mit auf der sicheren Seite. Neben der Impressums-Anwendung gibt es natürlich noch viele weitere Anwendungen. Eine interessante Anwendung wäre natürlich, wenn ihr jetzt zum Beispiel noch einen YouTube-Channel habt, YouTube for Pages. Das könnt ihr auch einfach hinzufügen, sodass die Kunden direkt auf euren YouTube-Channel kommen mit einem Klick und das auch wunderbar verlinkt ist. Genauso wie zum Beispiel, wenn ihr noch Twitter habt, könnt ihr auch noch Twitter hinzufügen und das hier auch noch in den Kacheln entsprechend platzieren. Wenn ihr eure Kacheln hier ein bisschen anders angeordnet haben wollt, klickt einfach hier auf den Stift und dann könnt ihr quasi das tauschen, zum Beispiel mit der Gefällt-mir-Position oder hier zum Beispiel das mit der Twitter, dass ihr es wirklich so einordnen könnt, wie ihr das haben möchtet. Das Einzige, was fest ist, sind die Fotos und das ist auf jeden Fall eine ganz gute Geschichte und könnt es so einstellen, wie ihr das haben wollt. So sieht die Seite von DJ Kavum auf Facebook jetzt fertig aus. So wird sie jedem öffentlichen Internetnutzer angezeigt und ihr habt natürlich jetzt hier, wenn ihr euch noch einloggt auf Facebook, hier oben noch den Nachrichten-Button, wo ihr dann dem DJ Kavum auch Nachrichten schreiben könnt. Und ja, das war so mein kleines Facebook-Tutorial zum Thema Seitenerstellung und falls ihr da noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die gerne unten unter das Video posten und ich werde die dann versuchen, möglichst zeitnah zu beantworten und ich hoffe, dass der ein oder andere von euch sich jetzt auch mal Gedanken darüber macht, wie er seine Facebook-Seite vielleicht umgestaltet, ob ein Impressum vorhanden ist oder ob ihr, wenn ihr noch gar keine habt, wie ihr die entsprechend richtig erstellt und wie das dann sich macht. Ja, das war das Video und wie immer am Ende sage ich practice and enjoy.